Ja, scheiß nicht, soll man jetzt... Wir können ja rausgehen. Freya, in die offene Welt. Das kommt. Wir überleben am ehesten, wenn wir zusammenarbeiten. Stimmst du mir zu? Das tue ich. Und was Brocks Angebot angeht. Du kannst dir vorstellen, mit deinen führenden Feinden unter einem Dach zu leben? Verlockt dich das nicht mehr zu fürchterlicher Rache? Nicht an euch. Keinem von euch. Ihr habt mein Wort. Was Freya auch? Äh, eine... Ah, Schwert. Das ist krass, aber das Gips gab es vorher nicht. Freya ist Rüstung. Und Fähigkeiten. Schon das gekauft. Schlingen. Bogenschießen. Alkürenform. Alter, das ist cool. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, kommen wir mal alles davon. Sei schon rum, die immer EP bekommt. Weil die ja selber Sachen hat. Boah. Boah, das geht nur zu aussehen, ne? Sehr fettes... Oh, hä? Ich brauch ne Qualen. Wolf, Waffen, Rock. Ja, das sieht natürlich am besten aus, aber... Da wir hier alles ausprobieren. Klein, die in einen Träger in besten Tagen um 1... ...Zeiten erinnert. Weil wir fangen erstmal damit an, dann gehen wir so hoch. Weil das ist ja eher krasser als das hier. Deswegen geh ich von oben nach unten. Da. Heilungs... Ja, das können wir auch nehmen. So. 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 Schwer, dass die Trunk war. Schwer, aber auch nicht viel. Tja. Neues Outfit. Ist geil, ne? Dass das alles geht, ne? Das, das, das. Wir haben viel mehr... ...ins Hauptspiel reingepackt. Das finde ich echt cool. Oh, jetzt geht das auch. Ja, falsche Waffe. Jetzt wissen wir, wie das kaputt... äh... ...abgekommt geht. Aber uns fehlen ja noch Sachen, ne? Vollständig alles... ...können wir nicht mitnehmen. Leute. So wie das hier. Dieses Schloss ist anders als die, die du kennst. Du brauchst dafür einen Zauber für deinen Meißel. Rina. Rina. Los, meißle den Buchstaben. Sina. Es ist eine Zauberformel. Sina. Wunderbar. Zusammenzuarbeiten... ...öffnet bereits Türen für uns. Ah. Ob der immer solche Wortspiele? Er sagt nix mehr. Mehr von diesen Ranken. Weißt du noch, was zu tun ist? Nee. Heide nicht. Ein ungestürzter Baumstamm im Fluss. Da ist etwas drauf, das ich nicht kenne. Ach, die kann es auch. Ah, nicht nur der Junge kann das. Er hat schon gerade, hey, kann ich jetzt die Karakter wechseln? Das wäre... Ja, ich würde mich. Oh, dann ist sie gleich auch da, ne? Oder? Wo ganz schön weg sind wir jetzt? Die Antworten, für die er sich ins Schicksal stürmt. Das ist beunruhigend. Also, wenn du bereit bist, mit ihm zu sprechen, das mystische Tor liegt vor uns. Falls nicht, könntest du mir bei ein paar unerledigten Dingen flussaufwärts helfen. Oder, wir untersuchen das Albenheiligtum in der Wüste Alfheims. Ey, es gibt so viel, ne? Gut, wir können jetzt den Fluss erkunden. Und vielleicht alte Missstände beheben. Was ist das? Das Wappen von Skjirdnir. Leider nicht so schlau wie erwacht. Was kann man hier mitmachen? Oh, ne dicke Truhe aber auch. Wir gehen den Fluss weiter, natürlich. Hauptkeits nochmal später. Ja, Steuerungsverbot ist nicht gut. Gebraucht ein bisschen länger als der Junge. Das war kein Problem. Was hast du noch zu erledigen? Ich habe etwas zurückgelassen, bei den Fällen. Wo du geheiratet hast. Warum willst du dorthin zurückkehren? Um von den Fesseln meiner Ehe frei zu sein. Und von Astart. Ich glaube, das bist du schon seit langem. Nicht völlig. Nicht genug. Führe uns. Feierst für ihn durchkriegen. Jeder, wenn er leben lässt. Schöne Tiere. Guck mal, F-Händchen gehen. Hast du sehen? Diese Tierwelt ist aber auch sehr, sehr krass gemacht worden. Mein Volk besiedelte diesen Fluss vor sehr langer Zeit. Tausende pilgerten auf ihm zum Schrein der Verehrung. Doch dann kamen die Asen. Das ist alles, was geht. Oh ne, ich weiß nicht. Wo ist ihn denn da? Hässer. Natürlich. Raus! Ja, dann heilt er sich weiter. Guck mal, hat mir doch nichts gemacht. Mann! Was ist das? Was ist das? Okay. Zwei Boote. Achso, ne ich muss wechseln. Da sinkt aber jemand schön. Scheiße, da komm ich nicht dran. Scheiße. Das ist die... Vielleicht kann sie mit den Ranken helfen. Wie denn? I understand. Autsch. So, wer sinkt denn da so schön? Wir müssen jetzt zurück mal die Fresse hauen. Nimm dich hin ab. Das steht bitte raus. Hoi. Ich bin dran. Ich bin dran. guck mal die Fresse. Ich bin dran. Achtung! Hinter dir! Geil! Oh, der ist abgetaucht. Noch eine Zugbrücke. Wir müssen sie runterlassen. Ah. Hier ist nochmal. Was steht da? Warum zeigt er den Kopf immer? Ich verstehe jetzt nicht. Ey. Könnte nützlich sein. Es muss einen Weg geben, das Feuer von einer auf die andere Seite zu bringen. Vielleicht können wir Siegelpfeile auf den Kronleuchter schießen und so das Feuer verschieben. Ja. Klappt ja gut. War nicht richtig connected oder was? Was willst du denn mit mir sagen? Das hat wohl geplattet. Endlich. Halleluja. 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 ist hier auch erlüftet ich würde sagen dann machen wir aber hat ja machen wir das so freunde jetzt mehrere wege was ist das hier zum beispiel hier war schön aus hier ich so viele wege hier ich weiß gar nicht wo ich bin das war nicht so geil äh ein Loch so da kommen die monster raus Komm her! ja ja die langen mal valken Linke Seite! Achtung! Hammer! Ist da noch ne Welle? Ne Da, Alter. Cool. Dann haben wir hier noch ne Kiste! Nice! Das ist noch nicht zu wenig. Wir haben hier noch was. Jawoll. Hier geht's aber irgendwo lang. Schau mal. Was haben wir denn jetzt? Äh... Auf ihn sollte man noch nicht sein, oder? Bin ich sicher? Ja. Ja. Wehre den Angriff ab! Ach! Oh... Oh! 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 Da war eine gute Abwehr. Oh, Genick. Oh, die, guck zu. Hat der Spaß dabei, ihr da? Oh nein, wo kommt der jetzt her? Oh nein. Oh nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein. Bruder, steh auf Bruder! Ey da, der ist aber stark. Ja, meine Güte. Ich glaub hier sollen wir noch nicht hin, oder? Ich bin da mal weg. Tschööööööl! Kann mal andermal? Oder vielleicht ich offline- Eeeh- Ja, wollt ich…wird sagen, wir… Ich guck mich schon n bisschen offline- hier oben. Wir sehns dann gleich bei irgendeiner wichtigen Stelle. Bis gleich. So- Wir..n bisschen… Filmen. Da ist so n Ding. muss man es merken aber ich geh mal hier auf diesen stück drauf ich glaube das sollte für die gegner sein ich habe und ich ja 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 Oh. Über dir, Kratos! Oh. Wunderbar. Wunderbar. Hm? Ah, das ist so ein E-Quiz. Ich bin ja neu in den Köspern rein. Natürlich. Eine Qual für diese armen Seelen. Dann schenken wir ihnen den Tod. Ja, ja, ja. Schenken wir die Freiheit des Todes. Ja, ja, ja. Warte, wir müssen uns die Buchstaben merken. Ey. So, F, R und D. D. Wie geht das nicht? Ah. Ah. Ich frage mich, wie wir da hochkommen. Geht nicht. Nicht, wenn die Ranken im Weg sind. Hm. Warte mal. Warte mal. Ach, scheiße. Nicht mit deiner Verbundenheit. Von hier unten kommen wir wohl nicht dran. Wo? Was soll denn das? Bitte. Bitte beende die Zeit. Bitte beende die Zeit. Jeder will was von uns. Jeder. Jeder will was von uns. Jeder. Ah, der Fall ist hier. Hätte ich wissen müssen. Ekeliger Scheiß. Was? Oh, warte mal. Mhm. Die Truhe. Nehm ich doch mit. Ah. Ein Rüstungsteil, das Lunder gehört. Leider beschädigt. Aber ein schönes Stück. Ah. Warum liegt es dann hier? Misstraust du ihr, Bruder? Wenn ihre Kugel verrichtig ist, hätte sie sie nicht zurückgelassen. Hm. Kann sein. Vorsicht. Für dich ist. endlich endlich den scheiß wurde da ist soviel zu versuchen der wahnsinn aber warte mal ich will erst mal die kiste mal gucken wir sind wahrscheinlich irgendwie verteilt ne vielleicht aber wenn man offline machen nur das was da oben ist weil so spannende sachen las ich euch aber sowas zusammen die truhen und plündern ist eigentlich gar nicht so das was ich haben möchte was kann man hier machen geht generell sachen die wir auch jetzt auch das rohnenbach ist da drüben erschienen siehst du mhm ach jetzt kann man da durch oder kann man die einfrieren warte mal ach das geht mit einfrieren okay dann weiß ich wie es geht ich würde sagen die plünder ich mal alle oder jedenfalls das was ich sehe und wir sehen uns dann bei der nächsten spannenden sehen die ich euch einleiten werde bis dahin so